ich begrüße euch heute wieder mal aus unserem showroom heute soll es uns um bilder gehen das ist ja auch ein wichtiger punkt bei der inneneinrichtung ich weiß bilder sind definitiv geschmackssache und nichtsdestotrotz haben wir deswegen ein lieferanten der weit über 8000 verschiedene motive anbietet und ich bin mir sicher da ist für jeden persönlichen geschmack etwas dabei und die bilder sind natürlich nicht nur im motiv wichtig sondern auch das format die machart das design spielt eine große rolle hier sehen wir zum beispiel mal ein modernes bild auf einem die bond das ist ein aluminium träger aufgebracht für die moderne gestaltung sehr dunkel gehalten und ich weiß nicht ob man sieht es glänzt ein bisschen also mit einem glanzeffekt dasselbe kann man auch bekommen matt hier sehen wir zum beispiel einen orang utan der ist offensichtlich wohl der letzte in der bar diese matte gestaltung hat natürlich eine ganz andere wirkung auch ein sehr schönes motiv dann gibt es auch die möglichkeit urlaubsstimmung fernweh zu erzeugen hier ein schönes großes format mit einer düne genauso wäre auch eine meereswelle eine buhne ein schiff im sortiment und wenn es etwas klassisch sein soll in der gestaltung dann sehen wir hier den ein goldfarbenes banner mit einem schönen blumenbouquet und auch klassisch aber in schwarz weiß hier eine elegante dame mit einem offensichtlich zahmen gepard in einem schönen schwarzen rahmen auch für oldtimer fans für flugzeugnacken für schiffsenthusiasten gibt es natürlich die passenden motive und nicht zuletzt dürfen die movie stars nicht fehlen wo man auch eine schöne weltoffene gestaltung erzeugen kann ja wenn euch das jetzt gefallen hat dann kommt einfach zu mir oder meldet euch bei mir befinden gemeinsam das passende motiv für euch in dem passenden format und somit kann die wohneinrichtung etwas aufgewertet verschönert werden dass ihr euch auch wohl fühlt ich freue mich auf euch ist dann